Ich war letztens im Bikini Bottom unterwegs und wollte als neuer Krabbenburger Brater in der krossen Krabbe anfangen. Morgen neulich und jetzt sieh zu, dass du an den Grill gehst. Mensch, Adios, was bist du denn so schlecht gelaunt? Ich geh ja schon... Spongebob, was machst denn du hier? Ich dachte, du wurdest gefeuert. Du wirst niemals meinen Job kriegen! Okay, was ist mit dem denn los? Ich wollte doch jetzt hier ganz normal als Burgerbrater anfangen. Was ist denn... Was ist denn da draußen? Das sieht ja aus wie Hulk! Oh mein Gott, das ist Hulk! Alter, einfach im Bikini Bottom, Hulk am Start! Oh Gott, läuft Leute! Alle raus hier aus dem Restaurant! Nein! Oh nein, Hulk macht die große Krabbe kaputt! Nicht das Boot! Ach Gott, nicht das Boot und auch nicht das Schild! Lasst ein Abo da, wenn ich Hulk töten soll! Okay, ihr habt es entschieden, aber womit soll ich ihn töten? Eventuell hier mit der Shotgun? Ja, ja, aber die macht nicht so richtig viel Schaden, das geht besser! Vielleicht hier mit der Banane? Oh komm, Hulk, du magst doch Bananen! Ja komm, schon ist die ganzen Bananen, Hulk! Hier, oh Gott, er schießt sie alle weg! Nimm die Bananen, nimm die Bananen, isst sie auf, isst sie auf! Und jawohl, Hulk geht zu Boden! Durch die Bananen, durch die Explosionsbananen! Und das war's mit ihnen!